Das war hoch. Okay, go! Hi, ich bin Lara Croft, das Action-Girl aus deinem Computer. Leider hat mich gerade ein Computer-Virus erwischt. Hilfe! Hilfe! Mist, den einzigen Virus, den ich habe, ist ein Grippervirus. Ich nämlich bin Diana Doro aus Hirschberg, Dozentin für Deutsch- und Wirtschaftskunde. Ähm, dass ich jetzt hier oben stehe. Ich bin Anna Doro- undere Aufkl Revels. Ich bin Anna Doro. Ja, ich bin Anna Doro. Ich bin Anna Doro- undere Aufklage. Jetzt haben wir einen Autoholz. Ja, ich bin Anna Doro! Ja, ich bin Anna Doro. Ja, ich bin Anna Doro. Vielen Dank. Ich habe schon ein Foto von Annipern drauf. Ja, warte mal, wir müssen erst mal ein Buch aufstellen. So, wir haben jetzt auch ein Buch. Na klar, dann können wir auch noch ein Buch aufschreiben. Ja, super. So, noch ein Moment sein? Ja, klar. Hast du das? Europa funktioniert schon. Ich glaube, die Kamera mit dem Augenfluss mit dem. Ja, weiß ich. Ich weiß nicht, dass wir mal jemanden erreichen. Ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Schatzi! Wie schreibt er sich? B-E-N Fyppin U Fybasti 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 Ok Fybasti Pumni Für Niki. Da lebt man sich. Für Nene. Die Jungsgänger sehe ich schon. Der René mit Apostron. Mit so einem Achsern. Nicht Haft. Niki mit Zika? Ja. Und hinten I. Zu einem Plakat kann ich mitgeben. Für wen soll ich das standen? Ja. 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 Sehr gut, wir sind fertig. Ich bin outrageous Piet, aber … Noch jetzt ein, da ist ein Technik oft favourizer. Ja. Und auch ein Fanfall. Jetzt müssen wir noch ein Flyer für die anderen Handeln geben – niemand kommt kommt, 万 Joseph pour de Bl Moscow, vraiment et surtout tillage aus dem Text. Hier waren es noch ein bisschen frei. Danke. Gerne. Wer ist da? Ja, einen kleinen Moment, ich gehe gleich weiter. Ich gehe mit dem Essen ein. Darf ich noch mal gucken? Welches wollen Sie denn nehmen? Ich nehme. Ich schreibe auch noch was für Robert T. da drauf. Ja, klar. Jürgen, willst du auch sehen? Mit dich? Für Jürgen? Mit Jürgen. Mit Jürgen. Für Robert noch mal? Für mich. Für mich. Für mich. Für mich. Für mich. Für mich. Ach, da hinten. Ja, du hast hier unten. Danke. Hans ist jetzt gerade im Kopf. So. Einen schönen Tag. Schönen Tag. Gerne. Sind Sie fertig? Kann ich auch? Ja, gerne. Einen schönen Tag. Ja, so sicher. Hier eins aus. Oder drüben liegen die noch mal. Ich habe dieses bisschen rausgeschnitten. Ja. Ja. Ganz normal mit zehn. Ja. Nein. Was ist das denn? Einen schönen Tag. Ich habe schon mal einen schönen Tag. Action. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.